Aufnahme! Aufnahme, läuft? Ja, läuft! Das ist 1877. So much space. There are so many stories. The small lady is here. Ah, this must be an opener out of the crowd of people. So, haven't put any cage inside. Kubernetes. Some people say I can talk German to you. Sorry, I don't need my glasses. There's some strange thing when I was born. My mother always told me. You can't see. You can't see. Why you can't see? I see. I see something. I see something in your world. Tchaikovsky is in the washing machine. Do you see, Molly? Don't wash in my white shirt with the blue shirt. Because the white shirt is getting blue. Oh, no. They never got blue before. Okay. Page 96. 96. 92. 94. 95. 96. How did Tchaikovsky into the washing machine? 96. They have to keep tedesogy. Es ist ein paar Geräte zu hören, aber es ist ein paar Geräte zu hören, außerhalb der große Geräte. Nein, es ist ein paar Geräte zu hören. Es gibt keine Geräte, denn es ist jemand neben meinen Geräte und ich möchte mit ihm sprechen. So, ich nehme meine Geräte zu hören und es war mir etwas in der Maschine. Ich muss nach dem Maschine schauen, ich muss nicht zu hören, Tchaikovsky zu hören. Okay, ich werde meine Geräte. So, ich habe meine Geräte, ich versuche die Maschine zu verbreiten. Aber die Maschine ist slanting. Meine Fingers sind sehr oily. Und ich schaue in die Maschine. Die Maschine ist voll von Closings, voll von Closings. Ich nehme alles aus. Ich denke, die Frauen auf der Maschine zu verbreiten. Ich denke, die Frauen auf der Maschine zu verbreiten. Ich denke, 1878 bis 1880. Und die Frauen, die auf der Maschine zu verbreiten standen, Und die Frauen waren auf der skype. Und die Frauen waren auf der der Maschine zu verbreiten. Und die Wörtern waren zusammen mit der Maschine zu verbreiten. Und sie standen daend, Wörtern die ganze Zeit, und sie waren so, so out of mind. Und da war ein drenz-painter, der Mille, und Mille war es auf einem Canvass, auf einem Öl. Der Wascher, die Wäscher-Gönnen. Es ist ein Egoistik von Mille, vielleicht, weil er nicht wascht, aber er war es. Und es war klar für mich, dass ich nicht die Wascher-Maschinen konnte. Aber ich wollte zurück zu Tchaikovsky, ich wollte zu hören, die Swan Lake. So, was ist dann passiert? Ich wurde mir selbst zurück zurück zu Tchaikovsky. Aber nach ein paar Tagen... Nach ein paar Tagen... Nach ein paar Tagen... Da war ein weiterer Noise zwischen mir. Das ist nicht so, dass die Kompass... Das ist nicht so, dass die Kompass... Das ist nicht so, dass die Kompass... Ja, da ist etwas falsch mit Tchaikovsky. No, es ist... Oh, es ist sie. Sie again complain, dass die Wascher-Maschine ist richtig. Die Wascher-Maschine macht dieses strange sound into the walls. The theme of Hector 1, the second walls. Es ist so, so, so confused. Es ist... Sometimes the walls is very nice. Und dann ist es immer confusion again. Does it happen to Tchaikovsky like that? Is music of art always like that? Can I... Can I conduct orchestra? The composer tries to change his part. The architectures try to keep his time. And always... But... But they still... They still good. The swanleg. The swanleg. Alicco giusto. Intromoderato assai. Il alico moderato. Andante sostenuto. Alicco semplice. Alatino quasi moderato. Alicco. Alicco. Oh Tchaikovsky. You have so many tempos. Why? The Vienna school has the beginning of the walls. And Tchaikovsky still composes the swanleg. It is 1871. 1871. You know. There was a French losing war against the Kaiser Reichsen. And Tchaikovsky was writing for his sister. A lot of Germans were in Russia. And the children get amusement with Tchaikovsky because there was a German book in Russia. And the book was from Johann Museus. And he was teaching the children French and German in Russia. And Begichev, the director from the Imperial Theatre, wrote one thing based on the German sagas from the 1800s. So Begichev and the dancer Vasily Gelsa, 1875, was making the libretto the book for the swanleg. And the commission under Rimsky-Korsakov, except Tchaikovsky as a composer. And he got 800 rubles. Yes. And with Saint Saint and Nicolas Rubinstein, he improved a parlay. Saint Saint was dancing the Garty and Tchaikovsky's Pygmalion. It's an old Heraline theme. And in the 10th of April, 1876, there was a party tour from Schwanensee ready. And 1877 was the first appearance of Schwanensee. So, the French politician George Clemensee was discovering the charm of the tango in Schwanensee. Yeah, there's a tango in Schwanensee. Oh, see, this is a tango. Okay? But, he said, why is there music there? So they tried to dance it, and it happened like this.